Musik Schön. Okay, Karen. Aktiviere erweiterten Aufklärungsmodus. Natürlich. Hier ist vorne. Hauptblick. Ich hatte diesen Kerl. Das ist der Typ von der Brücke, stimmt's? Wer ist der andere? Halt mich auf dem Laufenden. Kein Eintrag über ihn in meine Verbrecher-Datenbank. Ein Anruf von May Parker. Soll ich ihn aufs Display legen? Ich kann grad nicht sprechen. Ich ruf zurück. Hey, Droni. Behalt den Kerl im Auge. Diesmal darf uns keiner entkommen. Wer ist der Kerl da links? Mac Gargan. Umfangreiche Strafakte, darunter Mord. Möchten Sie, dass ich sofortige Tötung aktiviere? Nein, Karen. Hör doch mal auf, ständig Leute umbringen zu wollen. Weißer Pickup-Truck. Droni, scanne das Schiff nach einem weißen Pickup-Truck. Oh, das ist ja ultra perfekt. Ich hab die Waffen, die Käufer und die Verkäufer alle auf einem Fleck. Eingehender Anruf von Tony Stark. Nein, 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 nein. Nicht angehen. Mr. Parker, kurz Zeit? Äh, eigentlich bin ich grad in der Schule. Nein, sind Sie nicht. Gute Arbeit in Washington. Mein Dad hat nie wirklich zu mir gestanden. Und ich versuche, den Kreis zu durchbrechen. Das anders zu machen. Ähm, ich bin grad mit... Unterbrich mich nicht, wenn ich den Kompliment mache. Wie auch immer. Ja, große Dinge, die enttäuschen. Was ist das? Ähm, ich bin bei der Bandprobe. Sehr eigenartig. Happy hat mir erzählt, du bist vor sechs Wochen aus der Band ausgestiegen. Was ist los? Ich muss weg. Äh, Anruf beenden! Hey! Die nehm ich! Und knapp! Hey Leute, die illegale Waffendealfähre ging um 10.30 Uhr. Habt ihr leider verpasst. Der kleine Spinner ist hier. Wow, wow, wow. Nicht so schnell. Hey Leute, alles in Ordnung? Meine Schuld war ein bisschen zu krass. Ich muss sagen, der andere Typ war echt besser mit dem Ding. Ganz ehrlich, ich bin... ...geschockt. Oh! Halt, FBI! Eine Bewegung, sofort! Hey, wartet, was soll das heißen, FBI? Das FBI ist das Federal Bureau... Ich weiß, was FBI bedeutet, aber was haben die hier verloren? Aus dem Weg, aus dem Weg! Vorsicht, 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 weg, weg, weg! Verschwindet! Los, aufs Oberdeck! Wir verschwinden hier! a aus dem Weg! Oh! Aktiviere Taser-Netz! Aktiviere Taser-Netz! Was ist das Ding, die du nicht verstehst? Oh mein Gott, was mach ich jetzt? Karen, scan das Schiff und markier die stabilsten Punkte! Netzgranate, Netzgranate! Doppelnetz, los! Gute Arbeit, Peter. Sie sind zu 98 Prozent erfolgreich. 98? Ja! Spider-Man! Nein! 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 Was zum Teufel?! Ah! Ah! Was zum Teufel? Ein Spider-Man. Bandprobe, nicht wahr? Ja, ein Mann! Mr. Stark? Hey, Mr. Stark, kann ich was tun? Was soll ich machen? Ich finde, du hast schon genug getan. Ich finde, du hast schon genug getan. Ich finde, du hast schon genug getan.